Hallo und herzlich willkommen im Alten Jagdhaus. Heute unter anderem auf dem YouTube-Kanal von Thomas Kern mit einer kleinen Weihnachts- und Neujahrsbotschaft zum Abschluss dieses Jahres. Wer noch eine Kleinigkeit für Weihnachten oder auch zum Beginn des neuen Jahres sucht, ich habe wie jedes Jahr einen Jahreskalender rausgebracht und jedem Jahr gebe ich einen Titel. Und der Titel für das Jahr 2024 ist das Jahr des Mutes. Wir alle wissen, vor allen Dingen, die im Widerstand sind, aber auch alle anderen, dass es viel Mut erfordert, seine eigene Stimme zu erheben. Und dieser Kalender ist zwei ganz besonderen Personen gewidmet, die beide auf ihre Art und Weise immer wieder unter die Rede gekommen sind, im Zuge dessen, dass sie für die Wahrheit eingestanden haben. Es ist ein christlicher Kalender, wie ich ihn jedes Jahr rausbringe, in dem man jede Woche schöne Eintragungen machen kann und am Ende einer jeden Woche einen ermutigenden biblischen Spruch findet. Und die erste Widmung ist für einen sehr starken und charismatischen Pastor, Herrn Johannes Holmer, die ich hier gerne vorlesen möchte. Lieber Johannes, Möge dir die Kraft geschenkt sein, allzeit mündlich in Gott zu stehen. Möge dir die Stärke geschenkt sein, weiterhin mutig das Wort Gottes zu vertreten, auch entgegen jedem noch so widrigen Zeitgeist. Und möge dir der Mut geschenkt sein, auf zukünftig allen Angriffen aus der Welt gegenüber standhaft zu bleiben. Und ein zweiter Dank, ein besonderer Dank, gehört Herrn Thomas Kerl. Möge auch dir weiterhin viel Kraft geschenkt sein, beharrlich die eigene Stimme gegen Unrecht zu erheben, auch wenn die Welt dies nur allzu oft mit Undank entlohnt. Möge dir auch künftig die Offenherzigkeit geschenkt sein, Andersdenkende zu Wort kommen zu lassen und Menschen eine Stimme zu geben. Und mögest du reichlich für all den Mut, den du von mir gesegnet sein. Ich persönlich möchte euch mit auf den Weg geben für das neue Jahr. Seid nicht entmutigt, wenn die große Wende bis jetzt ausgeblieben ist. Und lasst euch nicht entmutigen davon, dass ihr immer wieder ein allzu oft das Gefühl habt, dass nichts weitergeht in diesem Land. Und fangt nicht an zu glauben, dass euer Arbeit und eure Stimme und euer Widerstand, den du leistet, nichts zählt, nur weil ihr bis jetzt keine ganz großen Resultate sehen könnt. Die meisten großen Wenden in der Weltgeschichte sind dadurch entstanden, dass viele kleine Leute, Menschen wie wir, viele kleine Schritte unternommen haben, die am Ende zu einem großen Ergebnis geführt haben. Darum ist mein Appell an euch für das neue Jahr, bleibt mutig. Bleibt standhaft. Traut euch die Wahrheit zu sagen und lasst euch nicht entmutigen, auch wenn ihr das Gefühl habt, dass eure ganze Arbeit und eure ganze Mühe bisher keine Ergebnisse abgezeitigt haben. Das haben sie, ganz sicher. Und ich glaube ganz fest daran, dass jeder Mensch, der für die Wahrheit einsteht und zum höchsten Wohle aller Menschen sich einsetzt, immer auch von Gott geschützt und begleitet ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz gesegnetes Weihnachtsfest dieses Jahr und einen guten Übergang ins Jahr 2024, in das Jahr des Mutes. Lasst uns zusammenstehen, nicht gegeneinander agieren. Denn wir brauchen uns, wir brauchen die Menschen, die sich trauen, die Wahrheit zu sagen und aufzustehen, gegen alle Widrigkeiten unserer Zeit und gegen den ganzen Wahnsinn unserer heutigen Zeit. Steht zusammen. Gerade Weihnachten ist eine Zeit, wo wir wieder uns neu entscheiden können, all unsere Unterschiedlichkeiten und möglicherweise auch unsere Unstimmigkeiten vielleicht doch mal dahin zu tun, wo sie hingehören. Nämlich nicht auf den ersten Platz zwischen uns, sondern die können wir besprechen, die können wir ausräumen, um gemeinsam stark zu sein und gemeinsam weiter mutig in die Zukunft zu gehen. In diesem Sinn, frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr. und ein gesegnetes neues Jahr.